Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Maus-Review-Video. Diesmal geht es um die Logitech G700S Rechargeable Gaming-Maus, eine schnurrlose Maus mit Laser und sehr vielen Tasten und einstellbarer Sensitivität bzw. einstellbaren DPI auf der Maus und Mausrad frei drehbar, umschaltbar mit Rasterdrehung, alle möglichen Raffinessen und zwei Riesenproblemen. Ich suche ja wie gesagt eine neue Maus für meine alte, vergilbte, ekelhafte, versiffte Microsoft-Maus, die von der Haptik und von der Benutzung her perfekt ist. Da bin ich jetzt auch ein bisschen auf Logitech, habe ich geschaut. Ich packe die Maus jetzt nicht mehr aus. Ich habe die für die Rücksendung hergerichtet. Das Problem bei der Maus ist, ich hoffe, man sieht es gescheit, die Maus hat auf der linken Seite und auf der rechten Seite eine Beschichtung drauf, die sehr rutschig ist, also sehr rutschig. Und ich habe die im Laden ausprobiert, war beim Saturn, und habe die Maus ausprobiert und denke mir so, okay, cool, ja, passt, nehme ich. Und dann habe ich sie daheim ausgepackt und dann stellt sich heraus, okay, dieses komische, ja, Plastik, raue Plastik irgendwie, das ist ein Problem. Also die Maus an sich hat 1000 Tasten, wie gesagt, hat an der Seite noch 4 Tasten für, keine Ahnung, wahrscheinlich MMO-Player oder sowas. Ich persönlich spiele keine MMOs. Und sie hat eine Handballenauflage, was ich gemeint habe, okay, ja, kann man darüber reden. Ich habe nämlich noch gesagt, nee, ich will sie eigentlich nicht, aber naja, hätte ich jetzt in Kauf genommen. Gerade auch, weil sie schnurrlos ist. Schnurrlos war für mich eigentlich immer ein Pluspunkt, weil ich will eigentlich keine Schnurrmaus mehr. Das Problem ist nur, die Maus, das erste Problem ist einfach, die Beschichtung, die geht gar nicht. Die ist so rutschig, dass, wenn ich spiele, muss ich meine Maus relativ oft hochheben, weil ich ja mit 800 TPI spiele. Das heißt, die Maus ist bei mir sehr langsam eingestellt. Dafür kann ich sehr präzise zielen. Und ja, einfach halt besser die AK-47-Headshots verteilen, zack, tot und der nächste. Und ja, das Problem ist nur, wenn ich die Maus hochhebe, dann rutscht die mir aus der Hand, weil die Beschichtung links und rechts so rutschig ist. Also die Maus, da habe ich sofort gewusst, nach einer Minute, wie ich sie in der Hand gehabt habe, nee, geht überhaupt nicht, also geht gar nicht. Ja, das zweite Problem war, dass diese Hand, diese Daumenauflage da dabei ist. Und ich habe gemeint, okay, man könnte sie so in die Hand nehmen, dass man die einen Daumen weiter vorne hat, aber selbst da, man rutscht halt einfach nur weg. Es wäre vielleicht was anderes, wenn die Seitenteile nicht in diesem komischen Gummi, ja, Plastik eigentlich wären, sondern wenn die Seitenteile halt auch so wären, wie der restliche Body, dann könnte man sagen, okay, dann wäre es eigentlich, glaube ich, eine vernünftige Maus. Also wenn die Seitenteile in der Optik wären, wie die restliche Maus ist und die Daumenauflage weg wäre oder gerade wäre und nur so ganz leicht wäre, dann würde ich sagen, es wäre eine Supermaus, dann hätte ich die behalten. Also von der restlichen Benutzungsweise her habe ich sie gut gefunden. Die vier Tasten waren nur ein bisschen irritierend, aber ich glaube, das hätte sich gegeben mit der Zeit. Die Funktion, dass man das Mausrad frei durchlaufen lassen kann, also man kann das Mausrad einfach entweder so klack, klack, klack benutzen oder man klickt da heroben die Taste und dann kann man das frei durchrollen. Das ist eigentlich eine super Funktion, die mir total taugt und ist halt super, wenn du im Büro einfach durch deine Dokumente durchscrollst, so wie auch immer. Also das ist echt toll. Das bringt beim Spielen wahrscheinlich nichts, weil du nur durch deinen Waffenwechsel durchkommst die ganze Zeit. Also das würde ich sagen, ist eher kacke. Was komisch ist, das sind links hier die zwei Tasten, das ist so eine DPI-Einstellung. Braucht man ja eigentlich keine zwei Tasten, lang die eigentlich einen Toggle und ich hätte die halt dann einfach anders belegt, vorwärts und zurück, irgendwie sowas in einer Art. Aber wie gesagt, das ist eine gute Maus eigentlich, wenn sie nicht diese blöden Mängel hat, dass sie rutschig ist wie Sau und die quasi aus der Hand fällt, wenn du sie hochhebst und ja, das ist schade eigentlich, weil es eigentlich eine gute Maus ist. Ja, habe ich letzte Woche geholt und ja, geht jetzt zurück. Ich habe sie tatsächlich nur eine Minute benutzt, weil ich habe sie im Laden benutzt, denke mir, ja geil, super, passt, bist auf die Auflage perfekt, teste ich aus, packe sie aus daheim, stelle sie hin, ja scheiße, weil ist so rutschig, geht gar nicht. Von der Qualität her und so, super Maus. Also wer mit der rutschigen Auflage klarkommt, ist eigentlich eine gute Maus. Jo, nächstes Video, man.